Eine, eine wunderschöne. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, mit einem Nachtrag. Ich habe hier ein Otto-Paket. Zu meinem letzten, Odin war einkaufen, habe ich ja zwei gemacht. Extra separat getrennt, weil das sonst zu lang geworden wäre. Und deswegen habe ich da zwei gemacht. Und da habe ich ja, ne, kann ich so nicht machen, sonst seht ihr die Adresse, das ist oh doof. So. Und da habe ich jetzt nochmal bestellen müssen. Ach so, jetzt muss ich so machen. Och, leck mich doch am Arsch hier. Und ja, die Hosen, die sind alle eine Nummer zu kleen. Also ich habe die richtig bestellt. Weite 33, Länge 32. Länge ist tiptop. Weite ist total scheiße. Obwohl es die gleiche Marke ist, die ich vorher auch hatte. So. Ist jetzt ein bisschen viel. So. Da haben wir jetzt einmal die, auch wieder hier Kipo & Bugs. Äh, Kipo & Bags, Bags. Ich kann kein Englisch Lister. Kipo & Bags. Äh, inner, inner 33, 32. Die sollten sie mir nochmal schicken. Weil, das war die eine, die halbwegs gepasst hat. Aber da hatte ich nur eine 33, 32. So. Mal gucken, vielleicht sitzt die ja besser. Dann habe ich hier die gleiche. Ne, das ist eine andere. Das ist die. Dann habe ich die jetzt hier nochmal inner 34, 32. Das ist auch eine andere. 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 Da fehlen doch welche. Ist doch wieder nur die Hälfte bei. Oder nicht? Mensch. So. Dann haben wir hier noch. Ist das die? Doch, das ist die. Muss ich mal gucken hier. So. Dann haben wir hier nochmal eine. 34, 32. Nochmal eine 34, 32. Und hier nochmal eine. Keine Ahnung. Steht nicht drauf. Müsste aber eigentlich ohne 34, 32 sein. 34, 32. Und hier unten auch 34, 32. Das sind jetzt verschiedene Hosen. Also alle Keep und Bags, die werde ich euch hier nochmal verlinken, die von Otto. Könnt ihr ja mal gucken. Besser als wenn ich die jetzt hier ausfalte und euch zeige. Ich werde jetzt erstmal nochmal gucken, ob das auch wirklich richtig ist. Das sind jetzt zwei, vier, sechs. Zwei, vier, sechs. Ne, Quatsch. Quatsch. Das ist nur, das sind nur zwei. Warte mal, da fehlt doch was. Das ist doch gar nicht. Da fehlt definitiv eine Hose. Die Bruno Banani Hose fehlt. Das ist doch nicht die. Das ist doch auch eine Keep und Bags. Jetzt sind alles Keep und Bags. Oder? Ne. Ne, doch, das ist die Bruno Banani. Das ist hier die Bruno Banani Hose. Genau. Sind doch alle da, so relativ alle da. So. Die werde ich nachher anprobieren und dann, ja, mal gucken, für welche ich mich entscheide. Und das werde ich euch dann in einem nächsten Videokunden tun. Und ihr werdet sie ja dann demnächst bei den Autofahrvlogs oder hier in der Bude sehen. Das soll jetzt auch heute erstmal so weit gewesen sein. Ich würde mich verabschieden. Ahoi. Sagt euer Odin. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020